Wir sind gerade, wie man schön sehen kann, Atlantica gefahren. Achtung! Wir mussten die Kamera wechseln, weil Akku hat endgültig Geistoff gegeben. Ja, wir gucken jetzt mal so was... Entschuldigung, ich höre es gleich. Komm, wir stehen bald los zur Achtungbahn. Alter, es ist mir zu uns verheiliger von dem Bild, Alter. Ich stehe mal zur Atlantica und schau einfach so aus Französik. Wir lassen das für YouTube alles klar machen. Ja. Fuck! Fuck! Fuck you! Ach so, irgendwie haben wir Glück gehabt, kann das sein? Verständlich, Mann, ey. Garne, besser als du gerne machen, aber ich mach da nicht mit. Was ist das Gefühl? Ja. 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 Mein Tropfen ist weg. Von der Kamera. Leute, haben wir vorhin irgendwas gelabert, das ist immer geil, dass das auch passiert, wenn wir irgendwo sind. Jetzt sind wir nass. Jetzt kommt die nächste. Komm. Ich weiß nicht, wie sind die Gipfheim? Ich kam, ich kam, ich kam, ich kam, ich kam, ich kam. Ja, du war ein Ding. Achtung. Und da hinten geht wieder der Alkohol-Splash los. Da hinter Leute. Oh, ja. Komm schon, jawoll. So sieht es also aus, wenn man das... Komm, das darf ich sogar raus. Oh, ja, Effekte. Ich würde sagen, wir laden jetzt in Richtung Islak nochmal, oder? Ja, aber erstmal vorhin noch der Ziel wechseln, gell? Ja, würde ich auch vorstellen. Beinah. Beinah. Ja, und wir sind die einzige Opfer hier am Tag. Diese Opfer, weil... Kann sein. Ja. Okay, dann bis gleich, gell? Ja, bis gleich, ja. Okay. Irgendwie sehen wir die heute schon zum zweiten Mal. Kann das... Sonst dann, die aber ansonsten. Echt? Also ich gleich, weil wir jetzt aus einer anderen Perspektive sind. Denkt dran, das nachher wieder zur Show dazu zu machen. Ne. Die Baugerüstrutsche. Das ist mal aus einer Perspektive. Ja, wir filmen nur noch die Rutsche, das ist fertig. Boah, Alter, die Felden. Genau, wo ich aufgehört habe. Und so. Wir haben jetzt noch einen Tagesplan zu Ende. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit dafür. Und zwar eine Runde vor Zeitung, weil die war gesperrt kurz. Letztlich die Wartezeit voll down. Zehn Minuten, sag mal. Dann geht es weiter nach Italien. Schnell was essen. Und während wir essen, wie gesagt, gehen wir dann als letztes zu Wodan. Und du den Tag schön ausklingen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, hallo. Ja, du? Ja. Na ja, ja. Wir merufen uns nicht zum Ausgang im Moment, sondern wir gehen kurz nach Italien. Also ey, ist saugeil. Wir haben zweimal hintereinander... Komm mal so. Wir sind gerade zweimal hintereinander auf die Seidung gefahren. Weil kein Mensch mehr gestanden ist. Und jetzt holen wir ein Italienisch einfach zu essen. Nehmen das auf den Weg zu Wodan mit. Und dann geht es ab. Hoffentlich müssen wir noch ein bisschen lang anstehen bei Wodan, weil dann ist es geil, weil es dann schon fast dunkel ist. Wenn wir dann fahren, ist es geil. Wir können ja checken. Wir haben ja die Kamera mit integriertem Internet. Yes, for sure. Okay, auch so. Bye, bye. Ja, komm. Es... Ich habe auf Stop gedrückt. Ich weiß noch nicht, wieso es nicht stoppt. Geht es los? Ja. Und jetzt kommen, wir haben noch einmal einição, hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, Walter, was für eine Hintergrund? Eine Hintergrund, ja. Eine Hintergrund. Ja, Mutter wird gerade evakuiert. Ich versuche mal am besten einen Blickwinkel zu bekommen. Hier, guck! Wow! So viel! Habe ich geradehin gesagt. Ja, das wollte ich nur ins Video sagen. Ach so. Kaum aber bessere Blickwinkel draufschieben, läuft das wieder. Ich war ganz mit Grupp, ob man sagt, ich hab irgendwie mal so krass zu werden. Mach mal! Ja, aber erst mal Grupp, ob ich da war. Und wie lass ich werden, lass mal gucken. Das Buch kommt! Da werden wir noch. Da werden wir noch. Da hinstellen? Mach ruhig! Das ist dann, äh, echt, wenn du das machst. Ja, und den Hintergrund, gehört mal wieder die Aquas Bash. Ja, gell. Sicherheit geht vor. Geldbeute, Handy, alles raus, gell. So, Topic versus Boot. Na ja. Vielleicht da vorne steht, oder? Guck mal, warte. Steh ich kurz nach hinten? Oder... Oder soll ich mich da einfach kurz rein? Boah, die war leider nicht. Ja, ich kann auch jetzt erstmal den Boden angucken, was da drüben war. Okay. Da war es. Ach so, ich hab gedacht, da kommt raus. Ah, der. Mehrzug. Mehrzug. Da war es wirklich. Wir stellen das los. Bis gleich. Ja, wir können was sehen. Hab keinen Hinau. Ja. Ich mach es einfach mal. Jetzt. Dann bist du zu spät. Ja. 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 Wohin nochmal. Ah, scheiße, geht das nochmal. Ja, leider. Die, oder? Jetzt doch. Ah, zu spät. Ah doch, es geht doch drauf. Lohnt sich doch, oder? 50 Cent investiert. Aber voll nass immer hin. Genau. Voll die Killer hin. Okay, Leute. Mach ich hier eigentlich nicht. So, ein bisschen aus dem Raum ist der Reichweite stellen. So. Scheiß, das ist das. Ihr seid so ein paar Idioten. Ja, hallo. Ja, komm nochmal. Scheiß. Ja, hallo. Ja, komm nochmal in der Runde. Scheiß, wer ist das? Das ist weg. Ja, nein, nein, nein. Du musst mehr ran. Okay, wir gehen. Das ist ja so was passiert, wenn man krank im Kopf ist. Oder totigkeit. Ich mein aber, schaut doch mal mich an. Was? Ach du Scheiße, mach nochmal. Was? Er kann sich richtig ausfingen. Ich stelle mich nachher noch vor das Land. Ja. So. Hallo. Okay, also. Dann geben wir mal meinen Rucksack wieder. Den trage ich gerade mir an. Ja, ja. Ja. Selber schuld. Selber schuld. Ja, aber ey, es ist ewig abgerufen. Ohne Scheiß. Mal kurz den Vergleich sehen. Also erstmal, das bin ich. Schön mit uns mal die Frontkamera. Ich schau mal, was das da richtig ist. Ich verstehe ja auch hier die Kamera. Was? Schau mal da nicht rein. Und nur damit mal ein Vergleich aussieht. Scheiße. Na? Ich lehre ihn gerade laut. Oh Gott. Komm. Er sieht natürlich jetzt erstmal so. Hallo. So sieht er aus. Achtung. Ja, das ist ja fast noch blau hier, aber ja. Es fühlt sich halt ekelig. Und schon seh ich aus. Es fühlt sich halt ekelig an irgendwie. Jetzt noch mal hier im Vergleich. Schauen wir noch mal im Vergleich. Hallo. Ja. Ich hab auch nicht gefühlt, wie die Wetter schön auf mich. Es liegt schon, wenn er noch fisch. Ach, ich hab jetzt so eine Trille noch aufgeschlafen. Jetzt hab ich wenigstens ein wenigstens richtiges Szenario an, ja? Wenn wir schon mit dem U-Pot fahren, bin ich wenigstens schon da. Alter, ich friere jetzt. Hahaha. Es ist vielleicht nicht gerade die beste Idee, gleich hinten dran das Ding zu fallen. Ja, das ist... Aber ich gucke, es trocknet schon langsam richtig mit. Also das Hose ist schon... Was? Es rutschen? Ja, da wo die weiß sind. Hahaha. Es rutschen. Ich kann die Dinge zumachen, aber ich abrutsche. Ich glaube, ich bin offen nachher was zu messen. Du auch, hä? Ja, klar. Hahahaha. 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 Wir sind hier in der Nino-Bahn. Sieht man mich eigentlich? Ja, wie sieht man mich? Ja, wie sieht man mich? Das Foto richtest du wieder an? Test. Hahahaha. 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 Da kommt die Achterbahn. Wir haben bis jetzt keine einzige Achterbahn gefahren. Aber dafür macht es total Bock, weil wir in Laudas kleine Scheiße fahren. Wir sind jetzt zweimal hinter einer Boxenautos gefahren und so. Was ist das Scheiße? Das ist schon geil. Ich hab doch gesagt, es macht Spaß. Das ist voll lustig. Ja, wir wären wahrscheinlich so wie vorgestern so ein bisschen am Abend und die Achterbahnabklappe oder das größere Zeug. Weil das kann man jetzt nicht machen. Das kann man viel zu voll. Gut, wir filmen dann eine andere Session vorbei. Und Achtung, Achtung, bis gleich. Ja, ich nehm schon auf. Ja, ja, hallo und willkommen zur BBC News. Heute hat ein Mann aus dem Rollercoaster verloren. Ja, das war's von mir. Oh, well. Ach, Alter, wir die vertreiben sind. Hey, ja, hallo. Wir sind unsere erste Achterbahn gefahren zur Atlantica. Und da sind wir Fjordrafting gefahren. Da sind wir Fjordrafting. Und jetzt machen wir Eurostat, vielleicht zweimal Eurostat, wenn es reicht. Auf jeden Fall wollen wir so, dass wir so zum Parkschluss in Silverstar reinkommen. Und das dann zum Abschluss. Was? Und dann geht leider die Schule wieder los. Es gibt keine drei Videos mehr pro Woche bei mir. Bei uns sind wir noch zwei. Aber, ah, genau, das könnte ich... Ja, okay, nein, Wambel, das wird eh erst in 100 Jahre kommen, dieses Video hier. Aber ja, es könnte sein, dass wenn ihr das anguckt, dass der Let's Play ja schon verschoben wird. Erklär ich dann aber in einem anderen Video. Oder hab ich wahrscheinlich schon erklärt. Also, wir sind jetzt dann nach der Silberstar oder nach der Eurostat oder da? Ich glaube, erst nach Eurostat. Okay, bye! Wir haben jetzt im Zwischenblick jetzt nochmal kurz, weil nur eine Minute Anstehzeit war, haben wir nochmal umgeballert in der Abenteuer Atlantis. Äh, die stand gerade rum. Die Core-Side stand gerade rum. Die hat zwar kurze technische Wörungen gehabt, aber es geht sofort leider hier. Ich hab gar gesagt, es geht sofort leider. Äh, ja, jetzt fahren wir tatsächlich Eurostat und ja, wir sehen uns danach. Also, bis gleich. Böre, Götchen! Böre! Zams ist aber! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020